Was ist das Letzte, das ich Ihnen gesagt habe? Tschüss Papa, sei vorsichtig und pass auf Paul. Ich habe immer diese blöde Fabrik gehasst, seitdem ich herausgefunden habe, wie schlimm diese radioaktiven Stoffmitten sind. 30% der Arbeiter haben schon Krebs bekommen und sind davon gestorben und jetzt ist mein Papa unverhandelt. Ich hasse es. Ich muss unbedingt was machen. Dieses blöde Heskopf bestellt wirklich, was passiert ist. Die Zeitung sagt nur, schrecklicher Unfall und niemand weiß, was geschah. Nein, ich muss die Leute informieren. Sie müssen wissen, welche Gefahr diese Fabrik auf uns, auf die Umwelt macht. Wir sollen alle unsere Kräfte benutzen, um diese Firma zu schließen. Wenn nicht ich, wer sonst? Ich muss... Ich muss... Ich muss... was sie stehen für. Insofern zu machen das Umwelt besser, sie verfolgen, sie verfolgen, sie verfolgen, in unsere Landschaften. In generell, sie verfolgen das Umwelt besser. 20% ihrer Mitarbeiter sterben von Cancer. Die Menschen werden nicht verfolgt, dass es die Menschen, dass die Natur nicht, dass die Erde nicht. Die Toxiziensten verfolgen unsere Räume, unsere Erde, und jetzt unsere Freunde und Familie. Die schlimmste Sache ist, dass sie diese Partie in secret ist. S-Corp's deceitfulness ist so blind, dass Sie sich nicht herausfinden, dass die Firma, die wir uns Leben geben, ist, bringt uns Todes. Das kann nicht weitergehen. Wir müssen etwas machen. Diese Sache muss sich jetzt beantworten, bevor es zu lange. Wake up und realise Ihre Realität. S-Corp ist exposiert, und ich habe nur eine Sache, zu ihnen sagen. Mäfieren Sie. Sie haben jetzt eine Sache. Sie haben sie auf das Haus. In der Videobetriste in den Zirn. Sie haben sie auch nach dem Wegladen. Ich kann sie auf das Geil. Sie haben sie aber nicht, Sie haben sie in der Mitte. Lass uns Either haben die Richtung hin. Sie werden sie khôngWarriere, Sie haben sie jedoch nicht. Sie haben sie sich noch erlebt. Welcome to the revolution.